Geht's denn weiter? Keine Ahnung mal Ich glaub sie sind riesige Bogen da hochlaufen Wir sind überall Gegner Und so Das war jetzt die coolste Die beste Erzählung die ihr je gehört habt, oder? Was wird hier passieren, Mann? Jetzt wartet doch, hier ist Sachen zu zerstören Schnell renn Er kommt hinterher Wir werfen Stahlsiege den ganzen Kopf, oder so Oh Wir haben hier alles jedenfalls hier Guck! Sieht aus, als wir beide Kunden alle gefallen, Tual. Ha, 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 ha... Ich kann ja anfing, wie das Wort. ...wird grüße deinen ehemaligen Leuten an. Ich hab nur rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrw first an. Oh, das ist jetzt ein Melli-Maschern drin gegen das. Du hast warsaulwra formula. Erneut hast Du versagt, Tual. auch wenn ich zu sehen ach da auch machen dort auf die Brüder auch dauert es zu langen es geht auch nicht weiter die ein Leben der Probe im Tor voll aber jetzt habe ich ein Problem halt mal hier also es gibt ja Sachen für euch schmeiße was hin brauche ich nix man, das ist alles scheiße alles scheiße, also du hast keine Intelligenz drauf aber Edelsteine ne die einen kann ich nicht aufheben der gehört dir, das Zeug gehört dir, also äh ja, alter erstmal zurück gehen das Zeug klein hauen und dann zu dort teleportieren es gab hier nen Wegpunkt Asker den du verpasst hast oha ja wir sind sowieso gleich fertig ja man ja komm lass uns doch vorgehen kommen wir da rein schon? ja 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 Du zählert. Dumm zähl im Ort. Macht ja noch weniger Sinn. Was? Oh, das wird ne Tegusti. Na und? Du heißt ja nur Zwill-Oret. Oh, oh, hat er grad ein paar Augenzwinker gemacht? Ja. Ja. Die Insider kommen alle rauf. Oh Gott. Sein Schnobby ist auch noch ein richtiger Insider. Das wird alles gut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Oh mein Gott. Oh 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 Gott. geschehen dann ist es so wie jetzt bestiegen werden wie wenn ihr Flügel für wieder greifen uns den Weg ins Licht den Weg freimachen von der Special Effects war das hier zu brauchen Boah, das war ja richtig krass Hardcore. Moment mal, wir sind Level 52 und Foxy ist Level 50, cool. Alter, ich hab schon fast wieder ein halbes Level dabei. Ja, vor Level. For the win. Oh mein Gott. Ich besiege ihn zuerst. Hey, ich mach ihn fertig. Wie schneller ist Foxy? Oh, jetzt sind wir alle da. Guck mal. Er hat keine Beine mehr. Oh, jetzt hat er welche. Er erinnert mich an Ragnaros. Wieso? Ist er vier Arme? Ja, und er hat drüste. Ist das ein Sie? Ja. Diablo ist ein Sie. Du hast grad er hat drüste gesagt. Ja, er ist auch ein Mann, also. Was denn jetzt? Ja, ein E. Diablo ist ein E. Ein S. Ja, ein S. Es ist und so. Wow, spannender Bodka, wow. Wow. Wow, Augenblinker, wow. Wow. Oh, ne, nicht das, oh. Wow, Foxy hat mit in meiner Super-Special-Form ne Klasse. Ja, ist so. Ich sehe aufgefallen. Ja. Oh, komm, du hast die, oh, warte ich die Glatte. So, 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 so die Al-W-H-Liziklation. Ja, spannend, langweilig. Ja, so wie die Al-W-H-Di-Krone und so was, so, ja auch, glaub ich mal. Kohl Schatten und Dämonen, der ist wie stark ein Weg. Hör auf! Heute ist der Schatten, äh, den Zustand. Oh nein, das sind einfach unsere Ebenbilder, ey. Ja, das sind wir. 2.0! Was denn schreckend Tier? Welche Schreckend Tier? Alter, ich bin viel zu stark, um gegen Stabber zu kämpfen. Uwe, ist dann nicht. Alter, wie die mal wegfliegen. Oh, Wusche. Alter, man merkt, ich hab vor den Tank, mein Kerl, ich hab vor der Tank. Uwe, fliegt jetzt so behindert weg wie die anderen, ja. Auch da, Flatur, Herrmann. Oh, jetzt müssen wir schon... Ey, Foxy, ist doch... Alles klar. Ich will nicht mal Foxy wieder. Der liegt die ganze Zeit da. Ich seh das gerade, ja. Erlösung. 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 Bob, was hast du mit Schaden gemacht? Eine Blitzgrube gegen meinen Kopf. Genau, dein eigenes Ebenbild tötet dich einfach. Ich bin halt auch mächtig. es ist wir haben sie ja nicht es ist ein Bild und auch alle anderen gut zu wissen er will sich nicht mehr von mir die ganze Welt explodiert dann einfach so Boom so Verbindung und so Ach, ich bin einfach zu mächtig ey Foxy tanz einfach Foxy Kamihamiha und so will er tanzt da so Ja, meine Krassheit hätte ich ihn einfach vernichtet Ja Nichts anderes Und jetzt woom, saurenmäßig Obers, es bricht die Krassheit von MC Hold Will nicht auf ihn klicken Ja Los Ja, er trägt den Gold aus ihm raus Wart auf mein Leben wäre ein Gegenstand Kommt aber keiner Oh, doch einer Großpanzer Oh, immerhin einer Denk ich nur so Oh, zum Glück ist einer noch gedroppt Sonst hat mein Leben keinen Sinn mehr Wow, das ist das Ammonete Oh, das ist viermal, zehnmal so stark Wow 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 Oh 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 Okay Es sieht etwas hässlich aus, Asuka Was? Was sieht etwas hässlich aus? Du Du Nein Heißkalt Du Uh Oh Oh Das ist eine Frage So sieht es auch voll herzlich ausgelaufen Mit einer überbreiten Schulter Ja, sollen wir einen gegen ein Zoll machen? Ja Weil die nichts mehr gegeben No, ich ganz sicher nicht Gut, das heißt wir haben hier alles abgeschlossen, das war's dann. Ja, machen wir ihn jetzt mal hier weiter. Nach der Pause hier weiter. Akt 5 muss ich mir genau angucken, das kenn ich überhaupt nicht. Ich höre aus, wir haben ihn durchgezockt. Ja, wir beide haben ihn alleine durchgezockt, aber nicht zusammen. Das würde ich nicht schaffen mit Zillot, noch was zu spielen, zu zweit. Das ist eine Versorgung. Warum willst du unbedingt eins gegen eins gegen ihn machen, nur damit du verlierst. Ich werde gewinnen, das weiß ich so. Ich werde nur von hier. Ich werde gewinnen. Du wirst jetzt böses beim Schmied machen, oder? Jo, da wollen wir mal wagen. Das war Diablo erstmal. Wir machen erstmal Pause und wir sehen uns dann nach der Pause wieder, beziehungsweise am nächsten Tag wieder. Genau. Wir machen jetzt eine kleine Werbepause. Ihr könnt euch währenddessen MC Hold und sonst was angucken. Ich habe keine Ahnung, was ihr dann macht. Und wir sind dann zurück nach den nächsten 20 Spots. Also dann, bis später, meine Leute.